Das ist Kira. Ups, der Schneeball ging daneben. Kira gibt ihrer großen Schwester Maschu auch so ein Gerät. Damit kann man Schneebälle machen. Achtung und... Kira muss das Treffen noch üben. Aber Maschu trifft jedes Mal. Jetzt macht Kira einen richtig dicken, runden Schneeball. Aber Maschu dukt sich weg. Wird es dieses Mal klappen? Leider nein. Kira muss einfach noch ein wenig üben, bevor sie so gut treffen kann wie Maschu.